Also 176x Breakeven. Glaub ich mein höchster Breakeven, den ich hier hatte. Das sind ganz schön viele Spins, muss ich sagen. Kriegen wir vielleicht. Ähm, Early Houses. Give us some Early Houses. Okay, und jetzt bitte direkt das nächste Haus. Ja! Bitte noch ein Haus da in die zweite Reihe da. Genau, hier rein. Bitte hier noch ein Haus rein. Dann ist Charlotte hier aber komplett in die andere Atmosphäre. Bitte hier ein Haus rein. Irgendwo noch ein Haus. Ähnlicher für 2K gesammelt. Oder habe ich irgendwas falsch angegeben? Ne, für 2K habe ich gesammelt. Okay, okay. Ja, wir bräuchten noch ein paar Häuschen. Komm schon. Hier ein Haus, bitte. Das wäre so huge, Mann. Gib hier ein Haus. Oder hier unten. Oder irgendwo. 8 Winstern. Digga, das wird so zahlen. Das wird so zahlen. Wir haben noch 8 Winst, Digga. Das wird so zahlen. Das wird so zahlen, Digga. Digga, bitte blauen und überall noch mehr Häuser. Schade, Pink's nicht durch. Nice, nice, nice. So würde ich doch auch sehen auf 60 Cent, Digga. So und nicht anders. Bitte blauen vorne und blauen hinten. Bitte blauen vorne und blauen hinten. Das wäre so schön. Komm schon. Schade. Vielleicht noch mehr Häuser. Nice, 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 nice. Bitte blauen vorne und hinten. Bitte gönn. Bitte. Gönn. Bitte. Mach nicht diese Non-Premiumskollege. Bitte blauen vorne und blauen hinten. Okay, noch ein Haus. 2 Spins noch, Digga. Bitte. Es fehlen einfach 2 Häuser nur noch. Bitte blauen vorne und blauen hinten. Oh mein Gott, Digga. Es fehlt nur noch ein Haus. Das habe ich noch nie gesehen. Digga. Bitte. Bitte. Premiums. Premium durch. Oder noch ein Haus. Noch ein Haus wäre auch geil. Wenn ihr jetzt blauen vorne und blauen hinten macht. Bruder. Bitte. Das wäre so schön. Nein, aber pack's. Pack's durch. Wie viel ist das? Wie viel zahlt denn der all? Digga, was sind das für Häuser? Es fehlt nur noch ein scheiß Haus. Das skippe ich hier alles im YouTube. Oh, nice. 160. Beklagen kann man sich da eher weniger. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020